Moin, moin, und hallo, herzlich willkommen bei Game Two. Liebe Eltern, haltet euren Kindern die Augen zu. Diese Folge wird schockiert. Heute werden wir endlich die grausamen Verbrechen von Kirby aufdecken, der im vergessenen Land herumspuckt. Doch zuerst begibt sich unsere Kommissarin Sarah ins menschenleere Tokio, wo böse Geister nun ihr Unwesen treiben. Gruselig. Wäre ja nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich hab die ganze Zeit so getan, als es überhaupt nicht. . Ghostwire Tokyo ist das neue Projekt von Tango Gameworks. Das Studio von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami blieb bislang seinen Survival-Horror-Wurzeln treu. Im Vergleich zu The Evil Within ist Ghostwire Tokyo aber nicht besonders gruselig geworden. Hier haben wir's eher mit einem Open-World-Mystery-Spiel zu tun. Ihr seid nicht mehr als Badass-Detective Sebastian Castellanos in Crimson City unterwegs und schlachtet Monster, und jagt in Tokio mit nem 22-jährigen Studenten namens Akito Geistern hinterher. Das Spiel hat mit seinen Ursprüngen nicht mehr allzu viel zu tun. Lediglich den Geist seiner Vorgänger soll das Spiel enthalten. Das Ergebnis ist weder schockierend noch Pulsankurbeln, dafür aber verdammt atmosphärisch. Tokio ist nämlich der unangefochtene Star des Spiels. In das urbane Setting ist viel Liebe zum Detail geflossen. Selbst Menschen verlassen schaffen es Lichtstimmung und Soundkulisse, die Stadt lebendig wirken zu lassen. Und das Erlebnis ist wirklich einzigartig. Gerade mit Kopfhörern und 3D-Sound kommt der Charme der Stadt besonders schön zur Geltung. Und seien wir mal ehrlich, so eine Geistergeschichte und sie wirkt in einer Stadt wie Tokio auch einfach deutlich cooler als irgendwo in Hintertupfingen. Was ist das gehört, Sarah? In der ganzen Stadt sind Menschen verschwunden. Und da sind es bloß überall noch Geister. Ja, Sapperlott, da müssen wir was unternehmen. Aber aufpassen müssen wir auch, weil der ist jetzt überall so giftig und neblig, gell? Und so maskierte Oggeltisch rennt da auch noch draus rum. Der wird grad gesehen im Gewürzluigeweg, das ist ein Satz zu Hause, auf geht's. Mit dem Auto hast du mal Spritpreise gesehen, die Streckkostlocker 1,27 und spätestens bei der Stuttgart-21-Baustelle stehst du eh wieder im Stau. Stuttgart. Ghostwire Stuttgart würden wir jedenfalls nicht als Videospiel spielen wollen. Da macht Tokio schon deutlich mehr her. Aber was die Story des Spiels angeht, hol ich euch lieber noch mal auf Hochdeutsch ab, auch wenn sie dadurch nicht unbedingt besser wird. Du kapierst es einfach nicht! Los geht's auf der berühmten Riesenkreuzung in Shibuya. Hier zwischen dem ganzen Chaos, brennenden Autos und Klamottenhaufen sucht ein körperloses Wesen namens K.K. einen Körper. Bei lebendigen Körpern geht's nicht. Aber einen, in dem eigentlich kein Leben mehr steckt. Der vielleicht. Und so finden der verunfallte Akito und der Geist K.K. zusammen und sind fortan voneinander abhängig. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Solange K.K. in Akitos Körper steckt, verschwindet er nicht ins Jenseits und dafür spendiert er Akito ein paar übernatürliche Fähigkeiten, schützt ihn vor dem mysteriösen Nebel, der die Stadt überzieht und hält ihn am Leben. Was praktisch ist, weil Akito gerade auf dem Weg zu seiner Schwester ins Krankenhaus war, bis ihm das Happening auf der Kreuzung einen Strich durch die Rechnung machte. Win-win sozusagen. Das absolut merkwürdige Duo macht sich also gemeinsam auf den Weg dorthin. Und ein paar Kampftutorials und durchaus coole Umgebungseffekte später kommen sie am Krankenbett von Akitos Schwester an. Dort wartet Hanya, der böse Maskendude vom Anfang, und entführt die Schwester MacGuffin. Äh, Verzeihung, Mari. Also haben Akito und K.K., der eh schon ein Hühnchen mit Hanya zu rupfen hat, ein weiteres gemeinsames Ziel und heften sich an seine Fersen. All das wird aber leider ziemlich plump erzählt. Und der Rest der circa 15-stündigen Story bleibt oft nicht viel mehr als ein fadenscheiniger Aufhänger, um Geister zu kloppen und die Stadt zu erkunden. Und lasst euch das mal gesagt sein, selbst im verlassenen Shibuya gibt's immer noch mehr zu tun, als euch lieb ist. Seid ihr die Spezialisten aus Deutschland? Ja, genau. Danke für die Einladung, Herr K.K. Mensch, Shibuya nur für uns, was man da alles machen kann. Diese riesige Zebrastreife, ganz für uns allein. Wann hätt man das immer? Ja, wir könnten ein Foto mit der Statue von Hachiko machen, ohne Wabelschlange. Oder wir könnten nackt durch die Straße laufen. Alles klar, das könnt ihr gerne machen. Aber zunächst müsst ihr mir einen kleinen Gefallen tun. Zuerst befreit ihr bitte 240.300 Seelen. Danach füttert ihr alle Hunde dieser Stadt. Dann sucht ihr bitte noch 52 Jesus-Statuen und betet sie an. Und zum Schluss reinigt ihr bitte noch mal 29 Schreine. Das solltet ihr ja ungefähr hinkriegen. Aber danach können wir schon noch ... Dann hab ich noch eine spezielle Übung für euch. Abmarsch. Das mit den 240.300 Seelen war übrigens kein Scherz. Die befinden sich in Grüppchen von ungefähr 100 als bläulich wabernde Bündel verteilt auf jeder Straße, jedem Hinterhof und jedem Dach. Und was macht ihr dann damit? Klar, ihr bündelt sie in kleinen Papierpüppchen namens Katashiro und gebt sie in der nächsten Telefonzelle ab. Was dachtet ihr denn? Dafür erhaltet ihr Erfahrungspunkte und die Währung Maika. Für Letztere könnt ihr in den zahlreichen Shops bei zweischwänzigen Katzenhändlern Verpflegung und andere Items kaufen. Und die Erfahrungspunkte könnt ihr in eure übernatürlichen Skills investieren. Außerdem müsst ihr im Laufe des Spiels die Stadt vom lästigen Nebel befreien, indem ihr Schreine reinigt. Die dehen dann auch zur Schnellreise. Klassischer Open-World-Arbeitsalltag eben. Und das ist noch lange nicht alles, was ihr in der Stadt zu tun habt. Da gibt's auch noch Zeitrennen, das Verteidigen von Dingen gegen Gegnerwellen, das Verfolgen von Spuren und, und, und. Auf geht's, Partner. Interessante Dinge, die euch nicht auf der Karte angezeigt werden, findet ihr per Knopfdruck durch die sogenannte Geistersicht. Damit lassen sich nicht nur solche Verderbnisschleimdinger zerstören oder nach Sammelkram suchen, sondern auch mit der Tierwelt kommunizieren. Die Katzen und Hunde sind nämlich nicht verschwunden. Ein absoluter Pluspunkt. Ich mein, schaut euch diesen Doggo an. Man kann ihn streicheln, ihn füttern, seine Gedanken anhören. Und manche graben sogar noch Geld. Ebenfalls belohnt sind übrigens oft auch die Begegnungen mit Nebenquest-Geistern. Die meisten Aufgaben haben mit der japanischen Mythologie zu tun, sind abwechslungsreich und bringen frischen Wind rein. Recht am Anfang begegnet man zum Beispiel einem Geist, der eine Tsashiki-Warashi sucht. Das ist eine Art Glücksbringer-Geist in Form eines weinenden Mädchens. Dafür muss man dann in einer engen Mietswohnung Hinweise finden und Verborgenes aufdecken. Andere Geister sind wiederum einfacher zu besänftigen, denn manchmal fehlt es nur an den essenziellsten Dingen. Klopapier, ich brauche Klopapier. Um all den Seelen mit ihren unterschiedlichen Problemen helfen zu können, braucht Akito natürlich durchschlagende Argumente. Hier kommt wieder Geist K.K. ins Spiel. Denn durch ihn kann Akito statt mit Schusswaffen rumzuballern, Elementarmagie einsetzen, die durch traditionelle Fingergesten ausgelöst wird. Tja, da gibt's für��es Projekt. Tja, da gibt's für nicht ganz gut. Es ist einfach so ein Ding, das ist schon weiß, und es ist alles drauf. Ich komme zu einem Schuss Doctor. In der Schuhe unterscheidet sich die Magie bis auf ein paar Glitzer-Partikeleffekte nicht so sehr, wie man meinen würde. Wind fühlt sich an wie eine Art Pistole, Wasser mimt die Shotgun, und der stärkere Feuerschuss erinnert an einen Raketenwerfer. Viel mehr Tiefgang gibt's leider nicht. Die Elementarschüsse kann man aufladen, gegnerische Angriffe kann man blocken oder parieren, und später kommen dann noch ein paar Items, Talismane und ein Bogen hinzu. Long story short, ihr ballert eine Weile auf die Geister und reißt ihnen dann den Kern raus. Und so läuft so ziemlich jede Kampfsituation im Spiel ab. Wieder ein Aspekt, den wir leider einfach schon sehr oft und auch besser gesehen haben. Ein cooler Flow kommt hier nicht auf. Was wir aber positiv hervorheben wollen, ist die Einbindung des Dual-Sense-Controllers der PS5-Version. Denn sobald sich actionreichere Szenen abspielen, müsst ihr ordentlich gegen die eingebauten Motoren in den Schultertasten drücken. Das gibt einem ein klein wenig das Gefühl, dass hier wirklich krasse Mächte am Werk sind. Auch die Kommunikation zwischen Akito und K.K. wird durch den eingebauten Lautsprecher im Controller etwas Besonderes, da sich K.K. ja auch im Spiel in Akitos Hand zu befinden scheint. Noch ist es nicht vorbei. Wir sind jetzt ein Team. Also fassen wir noch mal zusammen. Story lame, Kampfsystem so lala, aber die Atmosphäre ist super. Und nun? Was sagt uns das? Keine Ahnung, ich bin ja nur Ingo der Sprecher. Sarah, was ist denn nun das Fazit? Generell merkst du an jeder Ecke des Spiels ... Auf Hochdeutsch, bitte. Generell merkt man an jeder Ecke des Spiels, dass es von Menschen entwickelt wurde, die die Stadt, ihre Traditionen und die Mythen des Landes lieben. Vom Gegnerdesign über die Gimmicks mit dem Dualsense und vor allem das grandios und vielfältig dargestellte Tokio. Da durchzulaufen und immer wieder neue Kleinigkeiten zu entdecken, macht einfach Spaß. Aber irgendwie reicht diese Welt einfach nicht aus, um über die enttäuschenden Punkte hinwegzutrösten. Für mich braucht's entweder eine spannende Geschichte mit Wendungen oder Charaktere, mit denen ich mitfühlen kann oder abwechslungsreiches und forderndes Gameplay. Aber das ist für mich persönlich beides einfach nicht vorhanden oder in viel zu langen Abständen. Ghostwire Tokyo ist ein Mix aus zu vielen Genres und Gameplay-Mechaniken, die es alle gleichzeitig gut machen will. Aber dadurch macht es halt nicht einzelne Dinge supergut, sondern mischt alles zu einer ziemlich wässrigen Suppe. Und die schmeckt mir halt nicht so gut. Ich hol mir jetzt eine richtig nice Portion einen Rahmen. Hallo, heute laufen die News etwas anders ab als sonst, aber Abwechslung ist ja bekanntlich was Gutes. Wir starten mit ein paar flotten Meldungen und hinten raus gibt's dann noch zwei größere Themen für euch. Also dann, los geht der News, Ticker! In der Kritik. Die von den Medien eher lobgewohnten Moon Studios sehen sich mit Vorwürfen ehemaliger MitarbeiterInnen konfrontiert. Bei dem Ori-Studio soll ein toxisches, zermürbendes Arbeitsklima vorherrschen, unter dem ein großer Teil des Teams leidet. Laut Journalisten von Gamespeed und Windows Central sei dies auch der Grund, warum Microsoft nach Ori and the Will of the Wisps die Zusammenarbeit mit dem Studio beendete. Im Hexerkessel. Mit einem schmucklosen Teaser-Bild kündigte CD Projekt Red die Arbeit an einem weiteren The Witcher-Teil an. Um das Projekt besser planen und effizienter entwickeln zu können, wechselt das Studio von der hauseigenen Red Engine auf die fünfte Generation der Unreal Engine. Weitere Infos zum Spiel gibt es noch nicht. Match made in Haven? Die Shopping-Laune in der Games-Branche reißt nicht ab. Sony Interactive kauft Haven Studios. Das kanadische Unternehmen wird von Industrie-Veteranen Jade Raymond geleitet und arbeitet seit geraumer Zeit an einem ersten, noch nicht enthüllten Triple-A-Multiplayer-Spiel. An Kenny, ade! Eine neue Tech-Demo der Unity Engine prallt mit schicker Ausleuchtung und der realistischen Darstellung ihrer weiblichen Protagonistin. Stellenweise ist das Gezeigte wirklich verblüffend nah an Fotorealismus. Kleiner Haken, auch auf aktueller Top-Hardware läuft das Ganze maximal mit 40 Bildern pro Sekunde und nur mit hochskalierter 4K-Auflösung. Ukraine-Hilfe. In den vergangenen Wochen haben diverse Unternehmen Einnahmen für Ukraine-Hilfsorganisationen gespendet. Itch.io, Humble Bundle, Epic Games und Microsoft haben durch spezielle Bundles und Aktionen insgesamt über 53 Mio.US-Dollar gesammelt. Ciao, Squad! Die durch die Batman-Arkham-Reihe bekannt gewordenen Rocksteady Studios haben ihr Anti-Superhelden-Spiel Suicide Squad Kill the Justice League ins Frühjahr 2023 verschoben. Die dazugewonnene Zeit will das Team nutzen, das Spiel weiter zu verbessern. Das war's mit dem Ticker, und jetzt gibt's ein Update von Trant zu Gran Turismo 7. Da läuft's nämlich gerade gar nicht rund. Schaut mal, ein Metacritic-User-Score von 1,6 für Gran Turismo 7. Tendenz fallend. Was zur Hölle ist da wieder passiert? Ich fasse zusammen. Das erste Skandälchen ereignete sich am 17. März mit der Veröffentlichung von Patch 1.07. Dieser Patch war nämlich fehlerhaft, und daraufhin musste Entwickler Polyphony Digital Wartungsarbeiten an den Online-Servern durchführen. Da aber selbst die Singleplayer-Parts zwingend eine Online-Verbindung benötigen, war GT7 während der 30-stündigen Ausfallzeit komplett außer Betrieb. Niemand konnte spielen. Der eigentliche Shitstorm entstand dann aber wegen einer inhaltlichen Änderung, die Patch 1.07 einführte. Es geht um drastisch reduzierte Gewinne für viele Rennen in der Kampagne. Dadurch verlangsamt sich nämlich der Spielfortschritt enorm, und es drängt sich der Verdacht auf, dass Polyphony auf diese Art Spieler und Spielerinnen zur Tätigung von Mikrotransaktionen bewegen will. Wobei, in Anbetracht mancher Ingame-Preise wären diese Transaktionen gar nicht mehr so mikro. Ein paar Beispiele. In Gran Turismo Sport, wo einzelne Autos ebenfalls für Echtgeld kaufbar waren, kostete dieser Wagen hier noch 2,99 Euro. In GT7 hingegen bräuchtet ihr Credits im Wert von 15 Euro. Und würdet ihr einen Wagen aus dem höchsten Preissegment kaufen wollen, wären gar 190 bis 200 Euro fällig. Solche Mengen an Credits im Spiel zu verdienen, ist nach dem Patch wirklich keine valide Option mehr. Das Web-Tool des Users ddm999 auf github.io rechnet den Zeitaufwand automatisch aus. Durch ständiges Wiederholen des lukrativsten Rennens würde es 21 Stunden dauern, diesen Betrag zu verdienen. Und durch normales Spielen sogar 93 Stunden. Die Tatsache, dass zeitlich begrenzte Angebote mancher Autos die Angst vor dem Versäumnis schüren, oder dass die täglichen Lotterietickets fast regelmäßig nur die publiksten Preise im Topf ausschütten, macht das Ganze nicht besser. Kurzum, die Ingame-Ökonomie ist komplett im Eimer. Und auf YouTube kursieren deswegen schon diverse Tutorials, wie man mit PC-Makros oder Gummibändern Rennen grinden kann, ohne aktiv spielen zu müssen. Deswegen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur sagen, Finger weg von Gran Turismo 7. Wenn das Team von Polyphony Digital sein grundsätzlich gutes Spiel vor dem Totalschaden bewahren will, muss es schnellstens einlenken. Ansonsten fahren sie's gegen die Wand. Von diesem wenig erfreulichen Update kommen wir zu einer hoffentlich erfreulicheren Vorschau. Basti konnte sich Katana-Klopper Track to Yomi anschauen und verrät, ob das was werden könnte. Bitte sag, dass es was werden könnte. Bitte. Bei seiner Vorstellung zog der stylische Samurai-Hackepeter Track to Yomi einige Augenpaare auf sich. Und das völlig zu Recht. Der Schwarz-Weiß-Look mit dicker Schicht Filmkorn und schicken Kameraperspektiven erinnert an eine Film-Ära, in der vor und nach der Action noch viel Zeit für lange Blicke war. Wirklich viele. Lange Blicke. Ganz so viel Zeit ließ sich unsere knapp einstündige Preview-Version aber nicht. Die spult innerhalb weniger Minuten die übliche Du hast meinen Meister gehauen, jetzt hau ich dich Rachenummer ab. Und weil das hier ein Videospiel ist, haut unser Held natürlich auf dem Weg auch noch ganz viele weitere Leute aus ihren Holzschlappen. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt hat mich die ganze Ehrenmann-Samurai-Story ganz schön kalt gelassen. Das gab's halt schon tausend und achzehnteinhalb Mal, so oder so ähnlich. Viel wichtiger ist aber tatsächlich das Erlebnis bei Track to Yomi. Die Aufmachung ist einfach toll. Kontraste, Bildausschnitte und der bereits erwähnte Filmkorn schaffen ein Gesamtbild, das den Filmvorlagen von Regie-Großmeister Akira Kurosawa unglaublich nahe kommt. Oder habt ihr gemerkt, dass ich da gerade zwischendurch kurz auf den Film Harakiri von 1962 umgeschnitten habe? Ja, krass, oder? Die Designer wissen einfach, wie sie ihre Grafik richtig in Szene setzen müssen. Dabei helfen auch die festen Kameraperspektiven, die an Spiele mit vorgerenderten Hintergründen wie Onimusha erinnern. Die Perspektiven sind dabei so einfallsreich und hübsch komponiert, dass man sich wünscht, neben dem Controller direkt die Packung Popcorn stehen zu haben. Spielerisch sieht's dann leider wieder ein bisschen schlechter aus. Die Kämpfe finden allesamt auf zweidimensionaler Ebene statt. Es gibt also nur Vor-Zurück eine wenig nützliche Rolle, Blocken sowie leichte und schwere Haue. Das Ergebnis ist ein schick anzusehender Schlagabtausch, der aber spielerisch, zumindest bis jetzt, noch etwas flach bleibt. Außer bei gepanzerten Gegnern und den wenigen Bossen hat uns eigentlich Blocken, Blocken, Hauen, Hauen immer zum Ziel geführt. Blocken, Blocken, Hauen, Hauen. Siehste? Aber das kann im fertigen Spiel natürlich anders aussehen. Ist ja klar, dass uns Track Toyomi nicht schon in der ersten Spielstunde für superfordernde Kämpfe stellen will. Sind die ja nicht bei Elden Ring. Nein! Ja, ist jetzt wieder so typisch. Außerdem gab's Richtung Demoende schon einige neue Schlagkombinationen und Shurikens zu finden. Da geht in Sachen Komplexität und Abwechslung also sicherlich noch was. Das gilt hoffentlich auch für die Struktur des Spiels. Die teilt sich bis jetzt ziemlich künstlich zwischen Kämpfen und Erkunden auf. Beim Erkunden könnt ihr euch frei im dreidimensionalen Raum bewegen. Sollt ihr kämpfen, werdet ihr auf die zweidimensionale Ebene beschränkt. Durch diese hermetische Trennung ist also immer klar, was jetzt auf euch zukommt. Was dem Ganzen irgendwie die Spannung nimmt. Noch dazu, weil der Ablauf auch hier krass gleichförmig blieb. Die meiste Zeit hieß es da, Gegner hauen, Gegner hauen, Erkunden. Und wieder Gegner hauen, Gegner hauen, Erkunden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich Track Toyomi jetzt aus den Samurai-Schlappen gehauen hätte. Ich mag das Setting, ich mag die Präsentation, aber spielerisch und auch in Sachen Handlung muss die Vollversion S noch beweisen, dass sie noch mehr kann als nur schick aussehen. Ansonsten kriegt das Spiel wegen verschenktem Potenzial nur lange, fiese Blicke von mir. Wirklich lange, fiese Blicke. Danke, Basti. Und damit sind wir auch am Ende der News angelangt. Ich sage tschüss und bis nächste Woche, euer Krogi. Also, wenn wir mal ehrlich sind, Kirby war doch schon immer suspekt. Dieses miese Schwein, viel zu niedlich, dieses kleine rosa Ding, da muss doch was faul sein. Ja, und dass er seine Gegner einsaugt, dass du die Fähigkeiten klaut, war eigentlich schon damals bei Kirby's Dream, das ist ein bisschen creepy. Aber bei Kirby und das Vergessenenland hat das nun endgültig zu weit getrieben. Aber nicht mit uns! Wir haben genug von Kirbys Kreueltaten und werden der Welt nur einfach mal zeigen, was für eine brutale, pinke, miese, alte Klutschkugel du bist! Ich konnte nicht glauben, was da passiert ist. Ja, als mit dem Ruhm hat sich Kirby schon verändert. Waffenhandel, Arena-Kämpfe, da ist was los. Dieser Moment änderte alles. Was hat dieser Scharlatan dieses Mal vor? Um die Persona Kirby besser begreifen zu können, müssen wir ins Jahr 1992. Das Jahr, in dem er mit Kirby's Dreamland das erste Mal die Bildfläche der Öffentlichkeit betrat. Bereits damals fiel Kirby durch sein auffälliges Essverhalten auf, sein Markenzeichen. Mit der Zeit und weiteren Spielen machte er immer mehr von sich reden. Auch bei anderen Nintendo-Produktionen war Kirby ein gern gesehener Gast, allen voran der Smash-Brothers-Reihe. Doch durch das viele Rampenlicht wurde auch seine Lebensweise immer exzentrischer. Ja, als mit dem Ruhm hat sich Kirby schon verändert. Erst fing er an, sich zu verkleiden, um den Paparazzis zu entkommen, dann nahm er aber komplett die Identitäten anderer an. Und ja, das mit den Stimmungsschwankungen fiel natürlich auch auf. Wenn man so wie Kirby all die Jahre im Mittelpunkt steht, kann man natürlich nicht immer zu 100 Prozent souverän agieren. Er und sein PR-Team haben ja auch alles getan, um seine Wutausbrüche zu vertuschen. Doch die Medien entlarvten ihn. Kritik wurde laut. Auch weil viele seiner Eskapaden reichlich Anspruch vermissen ließen, kann so einer denn überhaupt ein Held sein? Erst recht, wenn man sieht, wie er mit seinen Widersachern umgeht? Die Fassade des einstigen Nintendo-Helden begann zu bröckeln. Und immer mehr Leute wollten, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Und da kam ich ins Spiel. Mein Name ist Erwin Mittler. Ich bin Lieutenant und führender Ermittler im Fall Kirby und das Vergessene Land. Ich wurde natürlich sofort hellhörig, als man mir mitteilte, dass Kirby in einer fremden Welt gesichtet wurde. Mein erster Gedanke war, was hat dieser Scharlatan dieses Mal vor? Meine Ermittlungen ergaben schnell, dass sich nicht nur Kirby, sondern auch viele andere Wesen des Planeten Popstar unter mysteriösen Umständen im vergessenen Land strandeten und so das Leben der tierischen Einwohner auf den Kopf stellten. Da war diese Gang, das sogenannte Bestienrodel, die handelten sofort. Sie nahmen die Störenfriede aus einer fremden Welt in Gewahrsam. Dabei konzentrierten sie sich v.a.auf Waddle Dees, weitestgehend harmlose Individuen. Ja, und das ließ Kirby nicht auf sich sitzen. Zusammen mit einer neuen Komplizin, dieser geheimnisvollen Elphiline, setzt er sich das Ziel, seine Leute zu befreien. Zu diesem Zeitpunkt war für mich und wahrscheinlich niemandem klar, was für ein Ausmaß Kirbys neuestes Abenteuer besonders am Ende annehmen würde. Ich war schockiert. Wir haben natürlich nicht nur Kirby beschattet, sondern auch sein Umfeld. Lange sah alles nach einem klassischen Rachefeldzug aus. Aber Nachforschungen im Bestienrodel haben verblüffende Erkenntnisse hervorgebracht. Im Schatten scheinen mächtige Personen und Organisationen die Drähte zu ziehen. Wirklich unglaublich. Bad shit crazy, I tell you. Wir von der Presse waren natürlich auch an den Ereignissen interessiert. Und was meine Quellen mir zugespielt haben, das glich wirklich einer riesigen Verschwörung. Das traf das Sheriff-Department aus dem Nichts. Für Lieutenant Mittler war v.a.wichtig, zu rekonstruieren, wo Kirby im Vergessenen Land unterwegs war, was er gemacht hat und wen er traf. Anfängliche Ermittlungen zeichneten ein bekanntes Muster, trotz richtiger 3D-Premiere. Kirby rannte, hüpfte und flog in abgesteckten Arealen von A nach B und war auf der Suche nach den Waddle-Dees. Ich sichtete ihn in der Stadt, an der Küste oder auf dem Jahrmarkt. Dabei machte er mit allem mühelos kurzen Prozess, was sich ihm in den Weg stellte. Aber auch wenn Kirby dabei mehr Freiheiten als früher genoss, hatte ihm da sein Kollege Mario immer noch deutlich was voraus. Auch mit mehr Platz ging Kirby vor, wie man es von ihm gewohnt ist. Durch das Aufsaugen von bestimmten Widersachern schlüpfte er in ihre Rollen und übernahm so deren Fähigkeiten. Ohne Verkleidung sah man den vermeintlichen Nintendo-Helden selten. Warum auch? Wie alle Welt weiß, blüht Kirby erst dann richtig auf, wenn er einen Hammer schwingt, sich in eine Stachelkugel verwandelt oder Feuer spuckt. Und natürlich ist der Knirps in der Lage, die Angriffe seiner Gegner gekonnt zu blocken und ihnen auszuweichen. Kirby zeigte aber auch ungewöhnliche Verhaltensweisen. Nicht nur Feinde wurden von ihm aufgesaugt, sondern auch Alltagsobjekte verschiedener Art. Dieses Vollstopfen mit Autos, Getränkeautomaten, Pylonen und anderen Dingen hatten gehörigen Einfluss auf sein Auftreten. Plötzlich untersuchte Kirby die Umgebung nach möglichen Geheimnissen und Verstecken. Als Auto raste er durch die Gegend und versuchte sich als Rennfahrer. Und er fand seine Leidenschaft für den Extremsport. Halsbrecherische Ausflüge wie diese Flugeinlage waren im Vergessenen Land keine Seltenheit. Für wen hält er sich eigentlich? Glaubte, er kann mich mit seinen Hobbys an der Nase herumführen? Und dann ist dieser Hochstapler auch noch so dreist, immer wieder an bekannte Orte zurückzukehren. Befragungen der Ortsansässigen ergaben, dass Kirby noch weitere offene und teils geheime Aufgaben in seiner Agenda hatte und deswegen immer wieder zu alten Wirkungsstätten zurückkehrte. Manchmal sah ich ihn, wie er auf der Suche nach bestimmten Lebensmitteln war oder Fahndungsplakate entfernte. Scheinbar lapidare Dinge, die jetzt nicht sonderlich wichtig erschienen. Aber dann fiel mir auf. Während er sich um diesen ganzen Nebenkram kümmerte, wurden magischerweise weitere Waddledees befreit. Da stellt sich die Frage, wo diese Waddledees wohl landen würden. In ihrer selbst errichteten Stadt, die quasi aus dem Nichts entstand. Über Nacht. Und die wurde immer größer. Das ist doch merkwürdig, oder? Da hab ich ihn direkt mal reinbestellt. Diese Waddledee-Stadt, wo ist die eigentlich? Und verstecken sie dort auch ihre ganzen Opfer, die sie auf ihren Ausflügen einsaugen? Mein Mandant wird sich dazu nicht äußern. Die Frage hat mit den Anschuldigungen nichts zu tun. Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Ich hol mir eben Kaffee, und dann machen wir weiter. Dann we continue. Boah, das ist ganz schön eskaliert. Yeah, Waddledee-Town, I heard of it. Ja, von der Waddledee-Stadt hab ich auch gehört. Von außen betrachtet ein ganz normales Dorf. Aber ich sag's Ihnen, Waffenhandel, Arena-Kämpfe, da ist was los. It's a really hot place. Die geretteten Waddledees mussten sich ja nach der Befreiung irgendwo zurückziehen. Also errichteten sie direkt eine ganze Stadt, die als eine Art Basis diente. Kirby und die Waddledees, das war schon eine eingeschworene Gemeinde. Die hielten zusammen. Das ging sogar so weit, dass Kirby bei einem Imbiss aushalf und Essen austeilte. Oder in der Arena zur Unterhaltung gegen bereits besiegte Bosse kämpfte. Ich hab meine berechtigten Zweifel, ob das da alles legal zu ging. Besondere Sorgen bereitete mir aber der Waffenhändler, zudem Kirby immer gegangen ist. Ob ich den Kontakt zu Kirby bereue? Nicht wirklich. Ich hab einfach keine Fragen gestellt. Kirby kam zu mir mit diesen Plänen für neue Waffen, die er bei seinen Ausflügen fand. Er hatte die Kohle, er hatte die seltenen Steine. Da wär ich doch schön blöd, wenn ich ihn vor die Tür gesetzt hätte. Ich hab mir an ihm eine goldene Nase verdient. Das Prozedere mit den Waffen lief meine Nachforschungen zufolge so ab. Diese Blaupausen, die hat Kirby gefunden. Warum die einfach so in der Welt herumlagen, weiß ich nicht. Gut versteckt waren die nie. Die Blaupausen waren aber auch nur die halbe Miete. Neben ausreichend Kohle brauchte der Waffenhändler auch seltene Steine. Die hat Kirby nur durchs Erledigen spezieller Herausforderungen bekommen. Das alles nannte sich Straße der Schätze. Da hat er stellenweise schon Kopf und Kragen riskiert. Aber das hat sich für Kirby gelohnt. Der Waffenhändler konnte so einige wirklich gefährliche Waffen zusammenbasteln. Die Stadt war mir ein Dorn im Auge. Ich konnte sehen, wie viel Spaß Kirby und die Waddledees da hatten. Schlimm. Und dann war Kirby auch noch so dreist und stachelte immer wieder einen anderen Waddledee an, ihn zu begleiten. Dann waren die zu zweit unterwegs und terrorisierten die Gegend. Gut, dieser Speerkämpferknabe hatte jetzt nicht ganz so viel auf dem Kasten wie Kirby. Als ich sah, wie unbeschwert die beiden im Duo sich durch die verschiedenen Abschnitte prügelten, war für mich das Maß voll. Ich hatte genügend Beweise gesammelt, um mir von der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl ausstellen zu lassen und diesen Kriminellen endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Überraschend war die Verhaftung nicht. Ich glaube, das haben wir bei der Presse alle kommen sehen. Doch dass die Gerichtsverhandlung trotz großem öffentlichen Interesse hinter verschlossenen Türen stattfand, war eine Frechheit. Unexpected. Die Presse hatte schon genug für Kirbys Personenkult getan. Ich war froh, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde. Dauerte ja auch lange genug. Unzählige Zeugen wurden befragt. Es sollte ja ein für alle Mal geklärt werden, ob Kirby ein Vorbild oder ein Verbrecher ist. Allerdings merkte ich schnell, dass die Jury daran nicht interessiert war, was mit den Leuten passierte, die Kirby aufgesaugt hatte. Sie sahen nur seine Heldentaten. Ausschlaggebend war auch, dass die Waddledees nur positiv über ihn sprachen. Dabei waren die ja ganz früher auch mal verfeindet. Ich hatte gehofft, dass sich wenigstens einer gegen Kirby wendet. Aber so kam es, wie es kommen musste. Dem Richter blieb am Ende nichts anderes übrig, als Kirby freizusprechen, zur sichtlichen Enttäuschung von Lieutenant Mittler. Der Rummel brach nach dem Urteil aber nicht ab. Ganz im Gegenteil. Sämtliche Medien wollten ein Stück vom Nintendo-Helden haben. Die meisten Interviewanfragen hat er abgelehnt, außer meiner. Ja, ich durfte mit Kirby sprechen und ich konnte nicht glauben, was da passiert ist. Kirby, wie würden Sie denn Ihre Zeit im Vergessenen Land bewerten? Reuen Sie irgendwas? Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Meine Zeit im Vergessenen Land war überaus kurzweilig und unterhaltsam. Ich habe viele abwechslungsreiche Dinge erlebt und auch neue Freunde gefunden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der ganze Trip etwas fordernder gewesen wäre. Aber da ich immer mal wieder was Neues erleben durfte, ging das schon klar und ich konnte mit meinem Kumpel Waddle Dee um die Häuser ziehen, was immer toll ist. Dass sich die Story am Ende so unnötig aufbläst, geschenkt. Denn ich durfte mal wieder in super viele unterschiedliche Rollen schlüpfen, das ist viel wichtiger. Von daher würde ich sagen, Kirby und das Vergessene Land, das ist ein gelungenes Kapitel in meinem Lebenslauf. Speaking of, wo Sie das mit den verschiedenen Rollen ansprechen, was passiert denn nun mit den Leuten, die Sie aufsaugen? Die kommen doch dabei um, oder? Die haben Sie doch auf dem Gewissen. ...on your conscience? Also, Sie werden wohl verstehen, dass ich mich auch an dieser Stelle nicht dazu äußern werde. Ist das Interview damit beendet? Schön. Vielen Dank. Dürfte ich vielleicht kurz das Bad benutzen? Äh, natürlich. Das Badezimmer ist dort drüben. ...over there. ...ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh. Hengue-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh. Hey! Horiya! 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 It's a me, Mario! So, das war's mal wieder mit Game Two. Aber eine Neuigkeit haben wir noch vor euch, unser ZDF-Neo-Kollege Tommy Schmidt hier. Da. Der ist aus der Winterpause zurück. Moment, der ist aus der Winterpause zurück? Im März? Wir haben 20 Grad draußen. Ja, aber bis letzten Sonntag war Winter. Aber wir machen schon Sendung seit Januar wieder. Oh, jetzt wo du's sagst. Vielleicht sollen wir die Verträge noch mal checken. Du hast einen Vertrag? Ähm, wieder schon. Reingehauen?